Martin, der Trip in Österreich neigt sich dem Ende zu. Was hat dir in Österreich am meisten gefallen? Naja, ich hätte am liebsten gesagt, dass mir die Darts am besten gefallen haben. Aber ich habe leider verloren gegen Whitlock, deswegen muss ich glaube ich mit den Bergen gehen. Was hat dir am meisten nicht gefallen? Naja, da werden wir schon davon sprechen. Es war schon enttäuschend gestern, muss ich sagen. Ich hätte gerne gewonnen und auch heute weiter gespielt, aber so geht es nach Hause. ...